...anspielen, dann sagen, dann kriegen wir den TV, dann müsst ihr halt das halt machen, oder was sagen. Der überhaupt, der E-Brach-Match ist der 1. und 2. Hat sich halt auch so ein bisschen zwischendurch so die Kontrolle nicht recht gehabt, die mich gewundert hat, weil es ist ja beim Bach richtig schwer. Äh, was passiert eigentlich immer, wenn ich mich erzähl. Ich kann nicht mal, wenn ich rauskomme. Ich kenne dich anders. Ja, das ist ja immer zu viel. Oh! Nein, oder? Ich kann nicht. Ja, ich kann nicht sagen. Ja, ich kann nicht sagen. Nein, ich kann nicht sagen. Ich kann nicht sagen. Ich kann nicht sagen. Ich kann nicht sagen. Ja, ich kann nicht sagen. Ich kann nicht sagen. Ja, da ist mein Bock verstanden. Wir haben mich nur versagt. Ja, zwei Schieds. Vielen Dank. 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 Yes. Vielen Dank. Vielen Dank.